Stell dir vor allem das vor, du schließt deine Augen, du fängst zum Meditieren an und plötzlich merkst du, wie du in eine Tiefe kommst, die du bisher noch nie erlebt hast. Du kommst in eine Tiefe, wo du spürst, wie sich dein Zustand verändert und wo etwas passiert, wo wirklich etwas passiert. Und dort erlebst du etwas, etwas Magisches, etwas Wundervolles. Und danach öffnest du deine Augen und du hast eine Integration gemacht. Und genau das möchte ich dir heute vorstellen, wie das funktioniert. Und zwar habe ich dazu die Crystal Cave produziert. Das ist eine Frequenz mit 432 Hertz. So die Frequenz des Universums, damit ist alles verbunden. Und diese Frequenz läuft im Hintergrund. Und gleichzeitig läuft eine andere Frequenz von 8 Hertz bis 4 Hertz hinunter in den Tiefschlaf hinein, wo du in diese Trance hineinkommst. Das heißt, die Technologie dient dazu, dich mit dem Universum zu verbinden und gleichzeitig dich in diese Trance hineinzubringen, damit du diese Magie erleben kannst. Und dann erzähle ich dir jetzt mal die Geschichte. Die Geschichte von Crystal Cave. Diese Geschichte hat sieben Phasen, die du durchläufst. Die erste Phase ist, wo du in der Stille beginnst. Du hörst ganz langsam und ganz leise das Vogelgezwitscher, den Wind. Und du hörst von der Ferne eine Höhle. Und du gehst auf diese Höhle zu. Und während du in die Höhle hineingehst, hörst du ganz langsam, wie etwas kommt. Eine Musik, eine ganz, ganz interessante Musik. Und dann betretest du die Höhle und plötzlich ändert sich die Atmosphäre. Du hörst wirklich die Höhle, du hörst den Hall. Und du hörst auch mal wie ein Gong in der Höhle. Und dieser Gong ist wirklich in der Höhle aufgenommen worden. Anfängt zu spielen. Du hörst ganz langsam, wie Gesang anfängt, wie Instrumente anfangen zu spielen, aber ganz sanft. Und diese Musik begleitet dich in die zweite Phase, in die Eingangsphase der Höhle, wo du sozusagen in die Höhle tief hineinkommst. Dann kommen wir in die Phase 3. In der Phase 3 ändert sich die Musik. Und eine Heilungsmusik fängt an. Von einem Freund von mir aus Brasilien, der leitet Ayahuasca-Zeremonien. Und er spielt auch am Gong und macht einen Gesang. Eine Frau singt mit dazu. Dann kommen Trommeln, die ich produziert habe. Und die Trommeln habe ich in 3D gemacht. Den Gesang habe ich auch in 3D gemacht. Die ganze Melodie, ein Didgeridoo fängt an zu spielen. Und die Trommeln zum Beispiel sind in einem gewissen Rhythmus. Eine Trommel ist in 3D hier auf der Position mit einem Halleffekt. Und eine ist mit einem Akustikeffekt hier. Beide mit einem VST-Instrument installiert, welcher dir sozusagen Echo- und Halleffekte gibt aus der Halle. Und eine andere Trommel ist über deinen Kopf 2 Meter. Und eine ist 20 Meter über deinen Kopf mit einem anderen Effekt. Und alle spielen gleichzeitig. Nur eine ist um ein paar Millimeter verschoben. Und da jeder einen anderen Effekt hat, hörst du dieses Trommeln in 3D-Raum. Das hört sich so, so atemberaubend an. Solltest du auf jeden Fall mal erlebt haben. Und diese Musik, die passt sehr gut zu den Trommeln. Und da fängt die erste Phase an. Dann kommt die vierte Phase, wo sich das Lied ändert. Und das ist eine Geschichte, die mit dieser Musik erzählt wird. Das Lied ändert sich, der Gesang ändert sich, die ganze Symphonie ändert sich. Und du kommst noch tief und in die Höhle hinein. In der Höhle hörst du dann in 3D von der Decke, von überall die Tropfen hinunter, Tropfen. Da vorne und da hinten, da. Und du hast keine Ahnung mehr, von wo was kommt. Und die Musik ist in 3D. Und die Tropfen sind in 3D. Und du hast halt einen Effekt. Auch wenn sie im Lied gesungen wird, dann hast du den Effekt, dass in der Halle mit Echo gesungen wird. Und das hört sich so atemberaubend an. Und damit, durch diese starke Dissoziation, kommst du in eine sehr, sehr tiefe Trance hinein. Und dann kommen wir in die dritte Phase. Da ändert sich die Musik wieder. Du kommst noch tiefer. Und diese dritte Phase ist dann eine sehr, sehr intensive Phase. Sie holt dich sozusagen ab mit einem 3D-Sound, mit einem 3D-Instrument, welcher sich im Kreis dreht, dann von links nach rechts. Sehr, sehr intensiv, aber sehr, sehr toll gemacht. Und dann kommen wir in die nächste Phase. Das ist dann die sechste Phase, wo es dann langsam aus der Höhle hinausgeht. Du kommst aus der Höhle raus. Aber du bist noch in der Höhle. Du bist noch am Ausgang der Höhle. Dort kommt dann diese Phase. Und dann kommt die Abschlussphase, die ist mit dieser Phase verschmolzen, wo du merkst, jetzt kommen die Vögel wieder, jetzt kommt ein leichter Wind. Du bist raus aus der Höhle. Und dann fängt ein anderes Instrument zu spielen. Es kommt noch eine Flöte hinzu. Und gleichzeitig ist es ein Heilungslied für Integration. Also das, was du in der Höhle erlebt hast, wird in diesen Lied dann integriert. Das ist ein bisschen anders als die Musik in der Höhle. So nicht wundern. Und dann kommt am Schluss dieser Abschluss, wo dann dreimal der Gong kommt. und dann hörst du nur noch den Wind und du kommst an dieser Stille rein und denkst dir so, wow, was ist jetzt passiert? Was ist jetzt? Himmelswillen passiert. Wo bin ich jetzt? Und du hörst nur noch diesen Wind und du denkst so, okay, in diesem Wind, in dieser Stille, da ist alles enthalten, was ich gerade davor erlebt habe. Sehr, sehr faszinierende Frequenz. Und das ist eine Frequenz, die du hören solltest, wenn du eine Integration machen willst, wenn du dich heilen willst, wenn du in dir etwas integrieren willst, wenn du dich verändern willst, wenn die Integration auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, auf einer fundamentalen Ebene stattfinden soll, in einem tiefen Trance-Zustand, dann ist Crystal Caves genau das, was dich dabei unterstützen wird. In diesem Sinne, lass dich überraschen, höre dir die Soundprobe an und erlebe diese Tiefe. Es ist ein Meisterwerk von der Musik her. Es ist eine komplette Komposition aus 3D, aus einer Höhle, aus einem Effekt, aus einem Ambiente und aus einer wundervollen Musik von Freunden von mir, mit denen ich das gemeinsam gemacht habe. Und ich habe das sozusagen dann auch zusammengestückelt und ein Großteil der Sachen selbst gemacht. Also lass dich überraschen, was dich erwartet und viel Freude bei Crystal Caves.